Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Auf der Maschine auf Marsch. Aktuell machen wir unsere Mission weiter. Aussaat 516 Baumwarte. Die Maschine ist leer, also heißt Auffüllen. Auffällt ein, dass aktuell die Hernte mit Gerste im Gang ist. Und Kalk muss auch noch fortgesetzt werden. Aber erst mal wird wir gerne. Kalk Nummer 1 muss auch eine Hänge mit Kalk werden. Dann müssen wir aber erstmal Stroh pressen. Absolutな Clip mit Kalk. Plätze. Die Dirk der Zeit ist großartig. Das ist ein Zeug ausprobz feasible. Oh, das läuft. Wenn es läuft, dann ist gut. Mehr dem nicht. Mal schnell auffüllen, das ist Saatgut. Können wir jetzt noch ein zweimal fahren, mit dem wir heute einmal. Das war's. Das war's. Das war's. Und durcheinander, da macht nix, wenn man es weiß, wieder Geld weg. Ah, wir brauchen noch dringend einen Falktrimntraktor, das ist auch nix, aber erst mal mit so einer Hälfte. Also Tagsquietkosten für einen Tag von 50.000, ist schön heftig. Aber das war ja so Absicht, wir werden mal Schwerpunktfelder kaufen. Ich werde auch heute noch Felder kaufen, wenn das Geld da ist. Aber erst mal kaufen wir nochmal. Aktuell haben wir auf Lager Raps und Doja. Das sind fast 300.000 ungefähr. Jetzt kommt die Gerste hinzu. Mit Strom zusammen auch mit 100.000, sonst soll es fast reichen. Hier ist Geldkriegekondition. Das ist durchaus die Möglichkeit drin, da sind wir ja. Jetzt fahren wir zur nächsten Folge. Oder in zwei Folgen. Wenn ihr aus habt, dauert die auch noch eine Weile. Schnell zurück. Ich wollte ihn eigentlich nicht mal auftauchen. Ich wollte mich nicht mal auf die Mietfahrzeuge vorher reparieren. Heute erst mal. So, da haben wir es. Den Kurspeilen mal ab. So, da haben wir es. So. 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 Das läuft. Das läuft auch. Dankeschön. C, so. Wir haben mal Position, wo er vorher war. Dann können wir die beiden Kursen kombinieren. Und zwar... Jetzt landen wir Kurs. Kaltenfeld. Neuze und Topdecker, rechts hinten. Kaltenfeld. Zwei. Und... Bisschen. Jetzt... Geben wir den Kurs dazu. Kalk. Gleich wohl nicht gut. Sehr gespannt. Ich hoffe, dass der Takt noch reicht. Ansonsten... wird es eng. So... Um die anderen kümmern. Jetzt mal... Also Topdeck. Gleich eine Tonne. Oder wir speichern das mal. Der ist nicht. Was sollt... weiter... So... So... Und... Wolle... Wir speichern... Jetzt... Entlassen... Der Nacko ist da klar. das wird eing Ich schaue in der Kalkfahrer Ich schaue in der Kalkfahrt Ich schaue in der Kalkfahrt Ich schaue in der Kalkfahrt Anscheinend kriegt er die Kurve durch Das kann nicht so schwer sein Dann fahren wir die 3 Kurve mit Aber es ist 2 Gut Ich schaue in der Kalkfahrt Achso Ich schaue in der Kalkfahrt Dann schaue in der Kalkfahrt Der nächste Kalkfahrt Das kann nicht so schwer sein Klappt. Viel, viel Vorsicht. 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 Oh, das macht ein Kack. Feuer. Das macht ein Problem. Mal schauen, wie ich ihn kriege. Das ist ja so nicht schön. Mal gucken, wie ich ihn kriege. Mal gucken, wie ich ihn kriege. Das heißt, ich würde mir immer ein Kacken machen. Das zeigt, wie ich ihn kriege. Auf der Rückseite geht in die Frage, wie er es mit dem Kacken sagt. Man sagt, wie er es mit dem Kackenðir ist. Wir haben hier noch ein bisschen gekürt. Das ist nur ein paar. Das war's für heute. Ich bin froh, das soll's für die Folge gewesen sein, aber es hat mir gefallen, würde mir über ein Like freuen, auch über ein Abo, ansonsten sehen wir uns wieder, kommen wir jedenfalls zum nächsten Folge, zusammen auf Wiedersehen, bye bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.